Ja, jetzt begrüße ich Simon Kirchhoff, den Kaufmännchenleiter unserer Tochtergesellschaft TechNemic. Herr Kirchhoff, wie war aus Ihrer Sicht bisher die Messe? Ja, aus unserer Sicht von der TechNemic erstmal sehr positiv. Wir freuen uns natürlich, dass wir als TechNemic zusammen mit OptiBelt ausstellen können und dann dementsprechend auch den Stand ausfüllen dürfen. Und wir haben bisher sehr positive Tage erlebt. Wir haben viele Kunden gesprochen hier vor Ort. Und es ist für uns natürlich auch immens wichtig, den Austausch mit den unterschiedlichen Gesellschaften zu haben und sich intern auf die Welt abstimmen zu haben. Herr Kirchhoff, gibt es aus Ihrer Sicht Neuigkeiten, die wir auf der Messe seitens TechNemic präsentieren wollen? Ja, gerade dafür ist die Messe natürlich für uns auch wesentlich, wenn man sich hier den Elektromotor mal anschaut. Gerade das Thema Elektromotoren ist ja auch für uns eine Produktneueinführung. Und dafür ist die Messe natürlich auch wesentlich, gerade um über den Markt der Elektromotoren viel Wissen zu sammeln, was wir gut machen konnten, über die Lieferanten, über auch interessierte Kunden, die wir hier getroffen haben. Daher ist natürlich auch die Messe für uns prädestiniert gewesen für dieses Neuprodukt. Und wir sind sehr gespannt, was aus dem Projekt wird. Ja, Dankeschön.